Die Hundeführer der Polizei im Einsatz. Sie arbeiten meist nachts und kontrollieren die sogenannten Angsträume, Gegenden, die oft gemieden werden. Wir haben die Hundeführer der Polizeiwache Neuruppin begleitet. Nicht nachts, sondern am Tag bei ihrem Training. Und dabei gelernt, dass sie nicht nur Hunde besitzen, sondern auch welche einfangen. Der wochenalte Dina, Silvio Bierschenk, Polizeihundeführer in Neuruppin, wird versuchen aus der Kleinen einen echten Polizeihund zu machen. Während Dina die Kamera nicht weiter störte, der Zogelzeug stieg dann endgültig fest, ob der Hund geeignet ist. Um die 1250 Euro darf er nur kosten. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? When the party was nice, the party was thumpin'. Hey-ya! E-I-O! And everybody havin' a bar. Hey! E-I-O! Until the fellas startin' him call. E-I-O! And the girls respond to the call. Hey-ya! Who let the dogs out? 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 Who let the dogs out?